Na, stopfst du? So. Au! Geht's noch? Schmeißt der da ne Granage? Ja, ma. Da müsste eigentlich ein Soldat draufstehen. Wahrscheinlich ist er runtergefallen. Jetzt kommen, glaube ich, die Ersten. Hä? Was? Achso. Okay. Die Ersten bösen, äh, Alarmsensor fallen. Genau. Seht ihr das hier an der Wand, wo mein Mauszeiger ungefähr ist? Die sind ganz gemein, die Viecher. Das sind, äh, unsichtbare Alarmfallen. Wenn ich den Durchlauf durch einen unsichtbaren Laserstrahl wird Alarm oder Böseres ausgewischt. Da kommen gleich noch viel, 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 viel fiesere. Die übersieht man so einfach. Sonst habe ich gleich die erste Etonic schafft. Stört, repellend Schwein! Ich finde den Akzent so geil von denen. Ja, da war doch einer. Ja, da ist auch schon eins wieder. So. So ist das. Sehr schön. Ja, ja. Rauchverbot. Ich brauche eine Keycard. Und die liegt hier. So. Na, wer hat's gesehen? So, das ist jetzt die erste Ebene von der ersten Mission. Ich glaube, die Mission hat vier Ebenen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, vier sind es. Drei oder vier. Toll. Die Dinger zerstöre ich am liebsten, weil das ist immer Stromversorgung für irgendwas. Tut immer gut, die Dinger kaputt zu machen. Kommt da eine? Nö. Ah, ich hab den Schalter gestoppt. Ah, wie viele Energiezellen hab ich denn jetzt? Sieben Stück. Ja, Hammer. Ich meine Verbrauch. Ja! Kamera. Aus. Ja. Aus. Ah! Ich glaube, ich kann jetzt gleich einen Roboter steuern. So einen kleinen Susi irgendwas. Drüberspringen. Ähm. Ich habe jetzt Angst, dass ich das kaputt schieße. Ah, okay. Schon wieder ein Ionengenerator. Ja. 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 Roaming Susan. Stimmt, so wie sind die. Oh, die sind so lahm. Das ist voll... Der hat voll die Lust in den Armen. Hihihihi. So. Und sterben lassen? Ja, so. So eine Scheiße. Jetzt aktiv. So. Müsste das Ding jetzt nicht eigentlich irgendwie herkommen? Ich bin der Meinung, das müsste irgendwie herkommen. Ha! Speichern. Sonst fliege ich wieder runter. Okay, ich muss die Ventilatoren ausschalten. Nein! Bleib doch da. Ander nochmal kaputt. So. Gleich mal speichern. Entschuldigung, aber... Das Risiko gehe ich nicht ein. Geht ja schnell. So. Sehr schön. So will ich das. Wo habe ich einen Teleporter? Der mich wohl hinbringt. Ne? So. Ich habe nichts Munition. Glaube ich nicht. Haha. Shotgun. Na? Na? Ich bin hier schon in der nächsten Ebene. Ich bin hier schon in der nächsten Ebene. Was machst du hier? So. Ah! Hoppala! Keycard Was macht das hier? Sie sind nicht cool genug, um Sonics-Kontrollen zu haben Niemand ist cool genug Hast du gelootet? Nein, so Welche Credits hab ich denn? Nein, das war Waffewechsel Ah, wo kommt der her? Ah, ich wechsle immer Naja, 1400, das ist okay Waffen sind zwar arschteuer in dem Spiel, wenn man die kauf drängt Es lohnt sich dann doch Wapp, 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 geht's noch? So Haha, denkste, ich hab dich nicht gesehen So Ah Glück gehabt Das war echt Glück So Nächste Ebene Defekt Ja, daneben nicht Geht's noch? So Ruhe ist Okay, wenn jetzt Spinnenbomben raus Hätte ich die nicht abgeschossen hätte Aus dem Eck da Du schaltest den Alarm nicht an Hast du das doch gemacht? Fallen noch hingereicht Ja, ich glaube, ein bisschen was mach ich noch Weil das ist jetzt eh gleich zu Ende Wie unbekümmert die Zivilisten da immer sind So Äh Stirb Ich muss jetzt eh hoch Geht mich unten eine Tür auf So Was macht das hier? Hm Nicht viel Kickhaut Hm Hahaha Okay Hahaha Guter Gewehr So Im zweiten Teil kann der Noch ein paar mehr Moves Der kann dann auch rückwärts rollen Und solche Scherze Da sind auch die Gegner ein bisschen schlauer Die können dann auch rollen Der Zweier ist allgemein verdammt schwer Hab ich persönlich auch noch nie durch geschafft Wegen der letzten Messier Die geht nämlich auf Zeit Hat mal zwölf Minuten Zeit im Zoom zu schaffen Sonst ist Schicht im Schacht Das ist ziemlich, ziemlich pervers Ich glaub zumindest, dass es die letzte ist Die 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 Vielen Dank.